so und weiter geht's mit enslaved und unser pig es ist ganz da oben seht ihr da die holen dinge ab ja schrottteile extrem cool und der ladet uns ein zu einer kletterpartie schauen ob wir das auf die reihe kriegen die letzten paar folgen haben ja ziemlich abgelust sind ein paar mal in die luft gesprengt wurden und haben schon wieder einen hund getötet leider leute leider und auf die frage warum ich zu dem hund immer oli sagt ja da gibt es einen hund in einer serie der heißt so und der schaut dem so ähnlich deswegen die serie heißt gar viel und der hat einen mitbewohnen haus ein bisschen interessanter gestalten interessanter wie wäre es mit einem kleinen wettrennen bis nach oben fertig 321 los super der fiese teufel hey hey das geht nicht da kommt streng dich an das machst du also in deiner freizeit komm spring das gibt es doch nicht erst und ich glaube wir können ja so oder so nicht gewinnen nehme ich an ich glaube ich habe ihr Ha, 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 ha. Und jetzt? Ha, 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 ha. War ja klar. Du musst noch ein bisschen Klettern üben, mein Freund. So, ich muss noch mal festhalten und Luft holen. So. Wir wurden gar nicht richtig vorgestellt. Pixie. Und, Pixie? Wie kommt man zu so einem Namen? Keine Ahnung. Und was ist mit dir? Wie heißt du? Monkey. 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 Ha, ha, ha. Ja. Monkey. Ja. Das leuchtet mir ein. Ja, Pixie kommt gut. Ha, ha, ha. Komm, Pixie. Zeig, was du kannst. Ist wahrscheinlich auch ein starker Raucher, der Pixie. So wie der da und hustet. Jetzt ist die Frage, haben wir da oben ein paar Orbs übersehen? Keine Ahnung. Aber egal. Wohin willst du denn jetzt? Da ist er schon wieder. Ja. Da ist er schon wieder. Cool. Ha, 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 ha. Wo bist du denn? Da ist er. Na komm. So. Gut gemacht, Jungs. Wer hat den gewonnen? Ich. Ja, klar. Hier geht's zum Turbolader. Folgt mir. Pixie, der ist ja so, so nett. So, bevor wir da reinmarschieren, könnten wir mal schauen, ob wir upgraden können, ja? Oder schmarrn. Oder schmarrn. Ja, na, wir upgraden ab. Äh, das haben wir beim Stab, den brauchen wir. Ja, Stunt Dauer wäre interessant, das kostet gar nicht so viel. Munitionsaufstockung, Stunt Dauer. Okay, dann Schild, schauen wir mal durch, Schildstärke. Okay, naja, das brauchen wir zur Zeit nicht. Dann die Gesundheit. Gesundheitserweiterung. Ja, die nehmen wir. Wird sicher noch von Bedeutung sein. Und wir haben da diese Ausweichen hinter einen Gegner gelangen und dann angreifen. Diese Attacke wäre, glaube ich, für unsere Boxer... Raumattacke Upgrade. Für unsere Boxer-Mechs interessant. Gut. Upgrade und weiter geht's. So. Okay, hinter dieser Tür, da ist die eigentliche Mech-Fabrik. Dort finden wir einen Turbolader und einen Kühler. Ich mach das auf. Wo, wo, wo? Da? 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 Hier ist der Plan. Da ist ein Turbolader auf der Plattform. Aber da gibt's ein Problem. Dort oben wimmelt's von Mech-Signal. Um da heranzukommen, müssen wir diese beiden Stege hochkriegen. Wenn du die Stege anhebst, bleib ich mit diesem Baby hier. Wenn die Mechs rauskommen, leg ich sie auf, während du dich ins Getümmel stürzt. Legen wir los. Kurz, legen wir los. Okay, Monkey. Schalt ihn an. So, jetzt sollten wir mal wissen, wo wir hinmüssen. Wäre doch eine Idee. Da leuchtet was. Einfach mal drauf losgesprungen. Das ist ein Satz mit X. Das war wohl nix. So. Ich denke, wir müssen mal da rauf. Okay. Alles retour. Ich hoffe, wir kommen da runter wieder. Und schon sind wir auch wieder da. Gut so. Ja klar, ne? War ja wieder mal so klar. Ist zu weit zum Springen. Wirf mich rüber. Gut so. Aber wir wissen wenigstens jetzt, wo wir schon hinmüssen. Und einmal, zweimal, dreimal. Und lauf, mein Freund. Einmal. Hopp. So. Knee Frau. Nehmen wir sie Platz. Und auf zum Wurf. Jetzt kommt der zweite Steckbrand. Pass auf. Sobald er oben ist, kommt diese Max raus. Okay, toki. Leute, wir machen hier einen Schnitt. Weil es wird, glaube ich, noch länger dauern. Und sehen uns gleich wieder beim nächsten Video. Wenn es heißt, da Max verkloppen. Okay. Peace gleich.